hallo hallo hallöchen und herzlich willkommen zurück zu battle block theater mit mir dem karte und dem bezaubernden rené und erst mal mit zaubern aber erstmals gibt es hier wunderschöne wochen und sie jubeln und größer jubeln ja ich bin hier ich weiß nicht was es hält bringen soll also vielleicht ja wenn du kannst auch mit leuten online spielen die du nicht kennst was so wahrscheinlich wenn du nicht mit denen geht es dass du hilfe brauchst ach so ok ok wenn ihr jetzt skill ach du scheiß habe ich holt ich komme ja komm weiter geht ein scheiß kopf hier oben ist ja immer noch da ok danach da geht nicht ok ok kannst du mit dem springen ach guck mal jetzt kannst du da oben über wobei ist besser als ich ach guck mal jetzt kommt das hier an es kann zu kopf nur ich hab' ich dachte, ich hab' dann geschafft. Nein! So, weiter geht's! Oh! Nein, ich hab' feissen Knopf. Oh mein Gott, it's great! Mann, ich hatte diese Scheiße! Nein! Ach, Schwer. Na, du, es ist gut gemacht. Oha! 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 Da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Alter, wo bin ich? Oh, fuck. Ja, ich hab's geschafft. Ja, sehr schön. Wie soll man das denn machen? Ach so. Ah, sehr einfach. What the fuck? Hast du gesehen, was das für ein Assi ist? Ja, geschafft. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin grad extrem schlecht, ey. Hab ich festgestellt. Ach so! Noch eine Kreissäge. Ey, wir haben noch 32 Sekunden, scheiße. Ach, scheiße. Oh, ich hab keinen Bock bei dem, der wäre jetzt schon zu verkacken. Oh! Ich hab keinen Bock bei dem, der wäre jetzt schon zu verkacken, ey. Ah ja, ist doch nicht. Ist doch kein... Ja! Oh, fuck, ey, ey. Ey! Sehr schön. Gut gemacht, ey, ne, top. Komm jetzt einfach. Ich hab jetzt. Oh, oh, ja, ja, ja. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Ey, ey. Ey, ich bin auch grad super schlecht. Okay, ich mach mal hier deine Hilfe. Ja, das Problem ist, ich komm gar... Oh, ey. Warte. Ich versuch das hier. Ich versuch mal zu sterben. Wenn du es schaffst, kannst du auch hier. Oh, ey. Fick dich, ey. Scheiß Spiel, ey. Ah, scheiß drauf, ey. Ach, jetzt bin ich wieder ganz unten, oder was? Wo bin ich? Oh, ey. Oh, nein. Jetzt bauen's noch da unten. Scheiße. Warte, ey. Jetzt. Ich hab den Fall zu. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Ich hab den Fall zu. Ah, sehr schön. Oh, ist das nicht euer Ernst? Jetzt sind scheiß rätselig. Hier, oder was? Hab's. Alter! Das da unten ist ja asozial. Hm? Pass auf. Wo muss man hin? Zuna. Ja. Aber dann wird's asozial. Pass mal auf. Du musst da. Ach so, bücken. Dann gehst. Okay, bücken muss man sich, glaube ich, machen. Mach was, komm. Weiter geht's, komm. Nicht dröhnen. Was gibt's nicht? Bitte lass mich da spawnen. Nein! Jetzt wird's asi. Oh nein, zu sp... Das ist der Schlüssel. René, Alter. Das ist der Schlüssel. Fuck. Das schaff ich, komm. Was? Nein. Alter, Junge. Oh, ey, ist doch... Was gibt's nicht? Wenn wir das jetzt nicht schaffen, das wär... Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. Alter. Aber gleich ist hier ne geile Zwistensequenz. Er starb am Scheiß, ey. Also, wir sind erstmal alleine, weil jetzt kommt die nächste Zwistensequenz. Viel Spaß gleich. Ja. Ich freu mich, ey. Ja. 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 and even days of benevolent guidance are long over with you might as well flip it over and use it as a toilet I mean Hattie hasn't lifted a finger to spread the wealth or encourage smiles and the theatre staff is really starting to feel unappreciated... Oh look! This smoldering unrest has given birth to a precious little storm cloud Aww look at his little raindrops and if things don't change around here this little cloud's gonna grow up into a big giant scary cloud and spray us all with the drenching downpour of horrifying madness Alter, ohne Scheiße. Jetzt sind wir hier oben. Okay, hier scheint wohl Endboss zu sein. Nee, guck mal, da geht's auch noch weiter. Ja, ich weiß, aber hier scheint irgendwas Großes zu sein. Okay, dann gehen wir schon mal rein. Aber hier war wieder ein geiles Video. Ohne Scheiße, dieser Humor von dem Spiel ist einfach krank. Ich find's richtig geil. Shame on Hattie Hektiken. Also können wir jetzt langsam... Haben die Kanten auch keinen Bock mehr auf ihn, anscheinend. So hab ich das mitbekommen hab. Wenn die sagen Shame on Hattie Hektiken, dann? War ja auch in dem Video, dass die sagen, dass die immer unzufriedener wären. Ja. Okay. Oh. Oh, du bist du. Okay, mal rüber. Ja, voilà. Oh, mein Gott. Oh, fuck, ey, Alter. Das ist krass. Ist das ne bisschen. Aber gut, find ich gut. Ist mal ein bisschen eine Herausforderung. Nein. Kann man auch oben lang? Ja, doch. Ah, jetzt seht ihr hier voll jetzt Adventure Map hier. Ja, geschafft. Sehr schön. Alter, Junge. Oh, das hat weh. Oh, das hat weh. Ich gucke mir den. Ja, wir kommen jetzt raus. Hilfe. Da runter müssen wir. Ja, aber das Ding geht nicht höher. Wir müssen den Stein, wir müssen den Stein mitnehmen. Wir müssen den da runterwerfen. Sehr schön. Einfach werfen musst du den. Ach so, wie werfe ich denn den? Ach, jetzt werden alle deaktiviert. Das heißt, wir kommen auch hier weiter. Oder? Hä? Ah. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Warum will die das jetzt nicht runter? Lass doch mal hier weiter. Vielleicht ist ja noch was. Oder da oben? Dann sind wir hergekommen, ne? Nee. Oh, fuck. Werfen, werfen, werfen. Ja, das ist dann schön. Oh my goodness gracious. Gewürfen. Dazu sagen wir es immer nichts, ne? Nö. Wow. Da musst du noch einen. Holen wir. Sehr schön. Oh, sehr schön. Nice. Gut gemacht, ne? Fuck. Oh, das ist ein Hammer. Den kriegst du. Nice. Oh, wollte ich gar nicht. Okay. Also haben wir alles. Hier kommen wir hier oben nicht raus. Das ist das Problem. Ja, was ist hier? Oh, ich habe mich mit dem Stein selbst. Ah, ich weiß wo. Okay. Ach, komm, ja, da oben. Stimmt. Ich muss mir die mich so hinstellen, dass da irgendwie eine Art Treppe ist halt. Was machst du denn? Ich will die eigentlich nehmen. Wie wirft man die nennen? Warte mal. Ich glaube, so muss man das machen, oder? So, dann kannst du rauf. Schmeißen. WP. Genau. Gehst du rauf, gehst du wieder ein weiter. So. Geht du wieder ein weiter. Und jetzt kannst du ihn da oben reinschmeißen. Ist dein Ernst, René? War es dein Ernst? Dein fucking Ernst? Nein, irgendwie nicht. Ach, guck mal, die bleiben dauerhaft weg, okay. Ah, sehr schön. Aber wie ihr seht, René kann nicht immer nur der Teamplayer sein. Manchmal schmeißt ihm auch einfach Stein auf den Kopf. Aber egal. Weiter geht's. Ah. Ja, natürlich. Oh. Ich muss hochkommen. Ich muss mir helfen. Wie willst du denn? Ah, ist gut. Ich weiß nicht, ob es mir auch was bringt. Ich muss mich einfach nur schmeißen. Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Und das bringt mir jetzt was? Ach. Ach, guck mal, jetzt kann ich dir. Warte. Geh mal weiter. Was dann so? Ah, du bleibst mal da, wo du gerade bist. Jetzt kannst du. Ja, aber wie komme ich da jetzt rüber? Warte, ich sterbe mal kurz. Siehste, guck mal. Ja. Geil. Ach so. Ach, mein Freund. Alter, ich schaff das mit diesem Propeller nichts. Ach, komm, einer kann so und einer kann mit dem Propeller. Oder beide. Ach, guck mal, ey. Geil, 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 geil. Du bist so traurig. What the fuck? Okay. Grab the golden hat for a gem bonus. Okay. Very handsome man. Hey, sieh. Oh, fuck. Alter. Was soll ich denn bitte hochkommen? Ich komme hier nicht hoch. Gibt es das? Keine Ahnung, wie man das macht, ey. Da müssen wir an die Städte kommen, um an das Volkneu zu kommen. Das bringt ja nicht viel. Dann komm. Vielleicht ja doch, oder? Scheiß mal auf das Volkneu. Ah, okay. Komm. Komm, René. Das springt ja nix. Oh, fuck. Nein, da war Hattie. Achso, mich trifft's natürlich. Oh, oh. Oh, nein. Der Hut. Ah. Er konnte nichts machen, ey. Was ist jetzt der Hut? Weg. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Alles außer dem Volkneu. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch das eine Level und dann, äh, würde ich sagen, machen wir den Cut. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh, mein Kumpel. Oh. Ah, man kann den Ausstatt. Was ist denn ausgeschaltet? Der hat seine Rackets auf ihn geflogen. Klar, die treffen, ich, ich, nur mich. Achso. Achso, wie ist denn das Laufen, ey. Ach, ja, du musst dich, glaub ich, werfen. Ja, aber ist nicht so dicht. Was für denn? Oh, der Junge. Ich soll sie werfen, nicht so dicht. Dann müssen wir von ihr werfen. Ja, aber, das ist... Oh, Mann, Alter. Oh, Alter. Was ist denn da so, der Scheiße? Was? Alter, fick deine Mama ins Gesicht, ey. Entschuldigung, dass ich das mal sage, ey. Boah, Alter, ich rass mich auf. Wieso geht denn das denn? Versuch mich mal hochzuschlagen. Versuch du, Mama, mich hochzuschlagen, Alter, okay. Das muss ich am besten mit spielen, ey. Der muss auch schon stehen bleiben, sonst kann ich ihn nicht hochwerfen. Soll ich das noch mal sonst mal versuchen? Ja. Einfach nur hochschlagen. Mit X hochschlagen. Ja. Genau. Nein! Komm, einmal war jetzt noch. Ja, so... Hochschlagen, nicht zur Seite. Ich schläge doch hoch. Junge, wie schlägt so, wie so ein Mädchen. Alter, Junge. Alter, Junge! Schlag doch mal richtig. Junge, du musst auch in die Richtung gucken. Ach so, ey. Endmal mit Profis hier arbeiten, ja. Komm, jetzt komm. Wir wollen jetzt keine halbe Stunde Aufnahme haben, René. Komm. Das mit dem Oben nach oben schlagen, muss man aber noch ein bisschen üben, René. In your face, Alter. Muss ich einfach weiter gehen? Nee. Dann lass ich los, doch. Ich geh aber weiter. Dann wollen wir jetzt wieder auch noch... Oh, oh, was ist das? Oh, oh. What the fuck? Der Ergast sieht einfach aus. Alter. Was ist das mit dem Kart gespielt? Oh, ich... Alter. You're scheiße. Oh, fuck. Okay, jetzt. Einfach nur ein Ziel. Okay. Scheiß drauf. Oh. Oh. Nein. Vorher ums Ziel noch Stern, das war traurig. Alter, das ist echt eine traurige Leistung für mich gewesen. Shame on me. Ach, so, davon muss Bein jetzt nicht verliegend anzunehmen. Ah, immerhin, A. Ja. Ist ja nur ein Wald, nehm ich. So. Ja, das ist ein guter Schlicht, äh, Schluss, äh, Satz, äh, Situation für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, weil Daumen nach oben ist immer ein gutes Zeichen. Ansonsten Kommentare würden wir uns freuen und, äh, schaut auch unsere anderen Let's Plays, weil, äh, wir müssten jetzt eigentlich auch demnächst ein neues Projekt starten, wenn es nicht schon gestartet ist. Ansonsten, ja, schaut, äh, auch bei Twitch rein, wenn wir, oder bei Twitter halt, und da werden wir auch immer schön posten, Facebook auch, und wieder auf dem Kanal auch die anderen Videos angucken. Da würde ich sagen, äh, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020